Also, wir machen wieder den Reality-Check, zweite Kata des Seite Yaido Ushiro und schauen, ob diese Kata auch anwendbar ist. Ich bin derjenige, der die Kata durchführt, ich merke, sie will mich umbringen oder angreifen, also mache ich eine Forderung. So, das funktioniert, wenn sie mich nicht angreifen. Wenn sie aber die Forderung richtig macht, d.h. sie will mich wirklich angreifen, stehen meine Chancen nur zu eins. Oh, da bin ich schon tot, bevor ich überhaupt gezogen habe. Also, die Kata funktioniert genauso wenig als reale Kata, wie die Kata-Mahi auch. Das betrifft natürlich genauso den Ushishin-Niokata, Atarito oder andere entsprechende Kata. Vielen Dank!